ja liebe leute qualifikation steht heute an herzlich willkommen zurück zu let's play fans 2018 ja das letzte qualifying im rennen im jahr 2018 steht heute an wir sind zu gast in mexico wetterversagen wunderbar sieht alles soweit gut aus passt also mal schauen was heute drin ist es dauert nicht mehr lange bis die ampel auf grün schalten und das qualifying für den großen preis von mexico beginnt schauen wir also mal wer sich am heutigen nachmittag die position holen kann wenn es darum geht rundenzeit aus der strecke herauszuholen erreicht man das gewöhnlich durch maximierung der spitzen geschwindigkeit sollte man den abtrieb minimieren die kurven mit risiko angehen und auf den geraden alles rausholen die teams sind mit einer vielen zahl von teilen eingetroffen mit denen sie das meiste aus den langen geraden herausholen wollen die wagen werden zwar in den kurven schwerer zu steuern seien aber das gilt ja dann für alle teams da sind wir wir gehen auf die strecke schon ein bisschen bedeckt ist es schon da kann man wieder diese 16er zeit 16 7 hatten wir ja im training im dritten gestern so auf geht's ein bisschen konzentrieren jetzt gerade weil unsere aufgabe steht darin wie gesagt heute ja die runde ist natürlich alles anders perfekt definitiv nico für die bestzeit ich freue mich das ist ein mercedes sogar hinter uns auch chemie west 2 17 4 ich glaub das wird schwieriger da ranzukommen mit der zeit hier wobei ja momentan immer vorne eine gute halbe sekunde so davor ist es das portals glaub ja auf 1 16 6 vor allen dingen sind wir sogar schneller gefahren aber von die als eben als dritten training und auf eure frage ja es dürfte portals zeit für uns also nicht vor sondern das ist kini portals liegt da nächstes erichson der jetzt da vorne liegt bevor er uns fährt ja ich muss nur dazu dadurch ist er ein bisschen vom gas runtergegangen und ich wollte damit vorgas vorbeifliegen weil das eigentlich für mich ein vollgas stück ist ah danke man hey das ist doch nicht wahr was du da fach hamilton für die 16 vier jahre habe ich auch hingekommen in die zeit wenn er erikson nicht einfach mal gegen komplett gegen gehalten wenn wir auf die linie geflogen wäre wir müssen jetzt in die box neue neuen flüge holen hier 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 ihr hier 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 Dann auf 3. Ich nehme dann mal unser Reifen und dann versuchen wir es nochmal. Und dann hin und auf 3 hinter den Mercedes, das wäre zu viel. 16.3 müsste Hamilton haben, wenn ich es richtig sehe. Besser als Sektor 1. Ich habe es immer deutlich vor. Klare Führungen in Sektor 2. 15.2 bestseite. Das haben wir zumindest mal geschafft. Ja, passt. Soweit. Jetzt hoffe ich, dass der Chemie sich noch da rein murgelt. Zwischen die beiden Mercedes-Benz gesetzt. Umso weniger Punkte Bottas holen. Umso einfache Heiden als nächste Woche in Brasilien. Es ist keine Garantie, dass wir es schaffen. Wirklich. Ja. Ja. Das hat plötzlich mal gerade was zu trinken. Ich bin sofort zurück. Die letzten 5 Minuten haben wir uns im Training. Äh, im Qualifikation Training. So. Jetzt haben wir noch genau 5 Minuten. Inhalte. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn ich ehrlich bin, hätte ich die Runde auch abgebrochen. Weil die war in allem lang 29.1. Ja, ich weiß nicht, wie die zweite Sektorzeit war, aber die war auch deutlich langsam. Also wie gesagt, im ersten Sektor schon eine Sekunde. So, jetzt geht Hamilton auf eine schnelle Runde. Mal gucken, ob der noch hier bastelt jetzt. Wie gesagt, vielleicht, vielleicht, vielleicht in der kommenden Saison, also im dritten, nächsten Rennen unser neuer Teamkollege. Steht aber definitiv noch nix fest. Erstmal konzentriere ich mich auf die Aufgabe mit Ferrari. Ja, ich weiß nicht, wie ich es war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da wird es nämlich auch ein bisschen besser beim Wetter. Ja, da wird es mich so nicht. Gut, apropos mehr davon vom Rennen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht es wirklich ins Rennen. Und dann freue ich mich, wenn er wieder mit am Starts dabei ist. Let's Play F1 2018. Und dann könnte es sein, dass wir nach dem Rennen den WM-Titel in der Tasche haben. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. In unserer Hand liegt es nur, dieses Rennen zu gewinnen. Und alles andere, schauen wir einfach mal. Geht mal von aus, dass es nächste Woche klar ist. Ich freue mich natürlich von super alles, wenn jetzt schon heute alles klar gemacht wird. Oder morgen alles klar gemacht wird. Aber ja, wenn nicht, dann müssen wir es halt vertragen auf Brasilien. Da kann man auch gut Weltmeister werden. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.